Wir machen Sie zum Ratenkreditprofi. Nach der Anmeldung finden Sie direkt auf der Startseite den Kreditvergleich. Ein System für Angestellte, Selbstständige und Beamte. Und mit unserem QuickCheck sind Sie sofort informiert, ob eine Anfrage erfolgsversprechend ist. Besonders praktisch ist die erste Vergleichsübersicht, um den Kunden schnell Auskunft über mögliche Konditionen geben zu können. Mehr als 20 Bankpartner stehen für Ihre Beratung zur Verfügung. Und mit unseren zahlreichen Sonderkonditionen können Sie bei Ihrem Kunden doppelt punkten. Wichtig für die Beratung? Durch die Konditionsanfrage bleibt der Schufa-Score unverändert. Die Eingabe der Daten dauert nur wenige Minuten. Sie beginnen mit der Person und gehen dann über zum Arbeitgeber. Je genauer die Daten zu den Ein- und Ausgaben sind, umso passender ist das Angebot für Ihren Kunden. Die Nebeneinkünfte, die Miete oder Unterhalt sollten Sie ebenfalls ganz genau nehmen, da unsere Spezialisten gerade bei schwierigen Fällen oft eine Lösung finden. Bei den bestehenden Krediten bietet sich erhebliches Einsparpotenzial durch mögliche Umschuldungen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die von vielen Kunden gewünschte Restschuldversicherung. Die Einkommensanalyse zeigt Ihnen direkt, welche Risiken bei Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit auf Ihren Kunden zukommen können. Mit unserem kostenlosen Nachbearbeitungsservice Plus können Sie uns beauftragen, den Antrag für Sie zu optimieren. Zudem können Sie wichtige Hinweise für die Bearbeitung eintragen. Erhöhen Sie Ihre Annahmechancen, indem Sie eine zweite oder dritte Bank auswählen. Das Ergebnis erhalten Sie durch modernste Technik innerhalb weniger Sekunden. Über den Reiter Kunden können Sie Ihre Anfragen jederzeit aufrufen. Hier haben Sie alle Kundendaten im Überblick, inklusive der Rückmeldung der jeweiligen Bank. Diese sind nach einem Ampelsystem für Sie gefiltert. Zudem können Sie die Haushaltsrechnung sowie die Dokumente für die Kreditbeantragung schnell erreichen. In der Dokumentenverwaltung sind die fertigen Kreditverträge inklusive einer Checkliste der jeweils benötigten Unterlagen aufgelistet. Um rechtlich einwandfrei arbeiten zu können, finden Sie den Darlehensvermittlungsvertrag sowie die vorvertraglichen Informationen. Ein Hilfsmittel ist unsere Kontakthistorie für Ihre und unsere Bearbeitungsinformationen. Erleichterungen in der Nachbearbeitung geben Ihnen der Klick auf Kreditanfragen, um Änderungen in der Antragsstrecke durchzuführen, oder One-Click-Kredit, um die bestehende Kreditanfrage an ein weiteres Institut zu senden. Alle Fragen zum Thema Kredit, auch vor oder während der Beantragung, können Sie gerne per Telefon und über unseren Chat stellen. Werden Sie zum Kreditexperten mit ProCheck24.